ja und da habe ich mir so ein kleines problem eingefangen denn naja wir sehen hier gerade meinen carambola am booten und ja der bootlauter klappt euren frei aber danach beim kernel ja sehr viele sehr seltsame nachrichten und am schluss kernel panic bricht nicht ganz also schauen wir mal wie man das ganze wieder hinbekommen ich habe hier einen tfdp server installiert in dem fall hier der tfdp hpa unter arsch linux und unter x inet d.de haben wir jetzt eine datei tfdp hier ist bei server achsen fahrt eingetragen das ist sozusagen der root von diesem tfdp jetzt gucke ich mal gerade mal nach wo ich hier meine openwrt binaries habe das wäre dieser pfd und den fügen wir jetzt da in die config ein dann muss ich ja nichts hin und her kopieren und starten sinnvollerweise noch x inet d was natürlich nur funktioniert wenn man den ganzen x inet d auch installiert hat machen wir das mal schnell noch das sieht ja schon besser aus jetzt holen wir uns noch den dateinamen von unserer binary das ist hier diese carambola sqfs sys upgrade bin holen uns die ip adresse die 106 10 in hier dem testnetz auf der ethernet verbindung zum carambola und auf dem starten wir jetzt quasi neu also ich mache jetzt ein reset und drücke bei diesem bootloader die taste 2 jetzt kann wir hier die ip adresse eingeben für das device also den carambola selber die vom server also von unserem laptop die 10 und den dateinamen den wir schon in der zwischenablage haben fügen wir hier ein und jetzt sehen wir hier loading got it ist schön aber irgendwie tut sich nichts oh ja disable sollte natürlich auch auf no stellen dann starten wir gerade den x inet d nochmal neu und ja das sieht natürlich deutlich besser aus jetzt hat er übertragen wir sehen erase sector das heißt der carambola fängt jetzt an den eprom zu löschen wo die alte firmware drin war den bereich und wenn er damit fertig ist sollte er den auch dann neu beschreiben ja das sieht schon ganz gut aus sehen wir jetzt copy to flash das heißt er kopiert jetzt diese binary die er per tfdp runtergeladen hat in den flash wieder rein und ich würde sagen da bootet gerade ein frischer kernel ja auf die konsole kommen auch drauf würde ich doch sagen successfully unbraked ja 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 ja